Wenn Sie anlegen, dann sollten Sie Ihre Anlageperformance jedes Jahr überprüfen, richtig? Das sagen auf jeden Fall die Experten. Leider ist es völlig falsch. Und das liegt daran, dass die Anlagen viel zu volatil sind, um innerhalb von einem Jahr, sogar innerhalb von drei oder fünf Jahren beurteilt zu werden. Damit man aus statistischer Sicht eine statistisch aussagekräftige Aussage machen kann, müsste man zehn oder vielleicht sogar 30 oder 50 Jahre anschauen. Diese Information verfügt aber niemand, denn man kann nicht so lange warten. Ich zeige es Ihnen an einem Beispiel, wie gefährlich es ist, wenn Sie nur gerade eine kurze Performance anschauen, also eine kurze Rendite. Sie sehen hier zwei mögliche Anlagen. Vielleicht sind das Ihre Anlageberater. Der eine Anlageberater schwankt hier auf der roten Linie. Manchmal hat er ein gutes Jahr, manchmal ein schlechtes Jahr, absolut gesehen. Die durchschnittliche Rendite ist eingezeichnet als gestrichelte Linie. Und der zweite Anleger, vielleicht Sie selbst, vielleicht aber auch jemand anderes, schwankt auf einer anderen Ebene. Und Sie sehen relativ schnell, dass die Rendite der blauen Linie, also hier eingezeichnete durchschnittliche Rendite, besser ist als die rote Rendite. Nun denkt man, wenn man eine bessere durchschnittliche Rendite hat, sieht man das jedes Jahr. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Nur schon in diesem Beispiel, und in der Realität sind die beiden Linien viel näher zusammen, nur schon in diesem Beispiel sieht man, dass man hier, hier, hier und hier in mehr als der Hälfte aller Fälle eine falsche Entscheidung getroffen hätte. Man hätte nämlich gesagt, der rote ist besser. Der rote ist besser. Der rote ist besser. Der rote ist besser. Sie können Ihre Leistung, Ihre Anlageleistung, nicht aufgrund der vergangenen Rendite evaluieren. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil die Märkte viel zu volatil sind und die durchschnittlichen Renditen verschiedener Anlagephilosophien viel zu nahe beieinander sind. Was bedeutet das für Sie als Sparer? Sie dürfen nicht auf vergangene Renditen schauen, auch wenn das wirklich schwerfällt. Vergangene Renditen, ob sie über ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, sogar zehn Jahre gemessen sind, sagen nichts aus über die Qualität Ihrer Anlage. Sie sind statistisch gesehen nutzlos. Und eine nutzlose Information sollte man nicht für eine so wichtige Entscheidung verwenden wie Ihre Anlageentscheidung. Deshalb empfehle ich Ihnen, schauen Sie darauf, was wirklich gemacht wird, wenn Sie eine Anlageleistung beurteilen und nicht, was die Rendite ist, die aus dieser Anlage gekommen ist. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Selberinvestieren. Hallo! Ciao! Vielen Dank.